Hätte ich jetzt... Moment. Habe ich den jetzt getroffen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte vielleicht das erste nicht... Ah! Oh mein Gott! Komm schon! Komm schon! Weiter, 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 weiter! Wow! Oh, Drake! Drake, Drake, Drake! Nein, nein, nein! Bleib drauf, bleib drauf! Scheiße! Okay, der Tunnel rettet uns. Ei, 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 ei. Woo! Fuck! Ich nehme dir mal die Wes. Ich brauche doch eher meine Waffe auf... auf... ja, die auch auf Distanz schießen kann. What? Ach, da ist einer! Den hab ich übersehen! Ah! Weg mit dir! Ich hab was für dich! Nicht! Oh Gott, nicht! Hör auf! Einmal! Zweimal! Okay, ich muss ganz kurz... Fick dich! Alter! Ja, 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 okay! Aber heißt es, ich könnte... rein theoretisch... auch hier hoch? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Ich könnte links rum... Ah, wobei, das bringt nicht wirklich viel mehr. Was ich machen kann, ist... ich kann hier hoch... Und tschüss! So! Shit! Oh, danke! Jetzt hab ich keine Munition mehr. Na, komm! Es ist aber auch scheiße zu zielen... Wenn der Zug die ganze Zeit... ...hin und her wackelt hier. Verdammt nochmal. Nehm ich ne M4? Ja, ich nehm die... Ne, ich nehm die M4. Ah! Oh, fuck, 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 fuck! Wie, das hat die überlebt. Äh, war da nicht grad noch einer? Ich klette mal lieber... ...hier seitlich entlang. Bisschen... Munition einsammeln? Komm schon! Ah! Ich prügel dein... ...dein Kopf durch die Wand durch. So. Ah, ich nehm die Micro. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nehm BM4. So, viel mehr Munition zu fügen. Hopp! Oh Gott! Okay, wobei die AK... ...hätte wahrscheinlich auch ein paar gute... ...ein paar... Ach, es ist schon wieder... Na, Moment, Moment, Moment. Bäm! Ich hab jetzt eher erwartet, dass jetzt hier... ...hohoho... ...und irgendein Gegner hier drin steht. Ich hätte doch die AK nehmen sollen. Eieieiei, egal. Verdammt! Ich brauch ne andere. Tibetischer Sattelring. Wie, du brauchst ne andere. Ah, Moment. Ne, hä? Ah. Ah. Oh. Ich bin... Alter. So. Oh, nein. Auf ihn! Vorwärts! Fickt euch! Aushalten! BTF! Jetzt geht's los. Ah! BTF! Okay, ich stell mich jetzt doch einmal hier hin. Wir werden sehen. Achso, nee. Halt, warte mal. Das ist ein komplett anderes Abteil jetzt, ne? Ich mach dich kaputt. Alter, wie du mich auch von da treffen kannst, ey. Wir werden sehen. Na gut, ich kann dich auch treffen. Ey, hast, äh... Hast ja nochmal recht. Halt, warte mal. Oah. Okay, das war's. Ja, halt die Fresse. Halt die Fresse. Jetzt geht's los. Ich weiß warum ich Alter Warum ich den Part Nochmal abwarten wollte Und tschüss Alter Alter Das ist so lächerlich ey Ich treffe halt mit der Waffe Absolut nichts Auf die Entfernung Ach komm Alter Der scheiß Zug fährt aber auch nicht gerade Ist mir egal Und wenn ich meine komplette Munition verballer Geht doch Nochmal eins Ich geh jetzt mal Nicht da rein Drake halt die Klappe Halt die Klappe Du willst da nicht runter Du willst da nicht runter Ah Gott da stehen welche Okay das ist Fuck Ja natürlich Da ist so klar man So klar Jetzt fang ich wieder komplett von vorne an Naja natürlich fang ich wieder von vorne an Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Komm schon. Na, komm. Bastard. Ja. Wir kriegen den Zug vielleicht noch fertig heute. Irgendwann. Nach dem 15. Mal sterben. Wahrscheinlich aber eher nicht. Wie ich denn voll die Granate aus der Hand geschossen hab hier. Super hab ich das gemacht. So, jetzt nehm ich mal die AK. Die find ich hier absolut... Nein. Mehr Munition. Hopp. Nein, nicht da reinlaufen. Alter, das ist ziemlich verarsch. Was? Was? Warum lebt denn der noch? Hallo? Ihr wollt mich verarschen. Ich hab doch ne Granate. Da oben steht auch einer, ey. Ich bin bloß mal gespannt, wann der... Ah, nein, 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 nein. Scheiße. Scheiße. Ich bin bloß mal gespannt, wann der... Ich bin bloß... Ich bin bloß. Das ist ganz schön. Ich bin bloß. Ich bin bloß. Ich bin bloß. Ich bin bloß. Oh, da ist schon wieder einer oben Was wollt ihr eigentlich von mir? Habe ich ihn jetzt? Danke Kann ich mich ja jetzt um den Fixer da vorne kümmern Okay, ich muss hier näher ran Ich muss hier raus Ich muss aufs Dach In der Hoffnung, dass hier irgendwo Munition rumliegt Von dem guten, guten Mann Natürlich nicht Ah, nein Ah Ja, die ist natürlich nicht sonderlich gut Die Knarre Und die hat's auch nichts anderes Das ist jetzt sehr ungeschickt Für mich Schut Pistolen Treffen halt nicht auf die Entfernung So, ich glaube, jetzt habe ich es Ich hoffe, ich habe es Oh, ne, M4 Oh, bitte normale Munition Ja, nein Habe ich auch schon gemerkt Ich sollte nicht stehen bleiben Er spielt